Überschwemmungen und Ernteausfälle, nichts zu tun, bedeutet ein schlechteres Leben für dich und für deine Enkel. In Europa gab es zuletzt einige der stärksten Flutereignisse aller Zeiten. Allein in Deutschland wurden fast 19 Milliarden Euro Schaden angerichtet. Wenn wir jetzt gegensteuern, können wir die Effekte des Klimawandels noch abschwächen. Das sichert deinen Wohlstand und den deiner Kinder und Enkel.